Musik Zwischen Rudolfstadt und Ilmenau, im Rinderrottenbachtal, liegt das kleine Örtchen Paulin Zeller. Dieses beherbergt eins der bedeutendsten romanischen Bauwerke Deutschlands, die Ruine der Klosterkirche Paulin Zeller. Anfang des 12. Jahrhunderts gründete die sächsische Adlige Paulina eine Einsiedelei, wo heute der nach ihr benannte Ort liegt. Sie war die Tochter des Truchsessen Moritz, welcher selber vom Hofe des Königs Heinrich IV. war. Paulina starb in Jahre 1107, ein Jahr nachdem die Arbeiten am Klosterkomplex begannen. 1124 wurde die Klosterkirche eingeweiht. In nur wenigen Jahren erlangte die Abtei großen Einfluss und Reichtümer sowie Rechte in über 100 Orten. Das Kloster existierte über 400 Jahre lang und 1542 wurde die Abtei aufgelöst, nachdem der Bauernkrieg ausbrach und die Reformation eingeführt wurde. Daraufhin startete der Verfall des Klosters, welches als Steinbruch für die Gewinnung von Sandsteinen benutzt wurde. Anfang des 17. Jahrhunderts brannte die Anlage komplett aus und 1680 wurden einige Teile wieder erneuert. Seit dem 18. Jahrhundert finden immer wieder Sicherungsmaßnahmen zum Erhalt der Ruine statt. Auch in diesem Moment werden Bauarbeiten vorgenommen, weswegen temporär der Zugang gesperrt ist. Aber auch von außen bietet die Klosterruine ein spektakuläres Bild und ist immer einen Besuch wert. Neben der Ruine befindet sich zudem das Amtshaus, ein mittelalterliches Fachwerkhaus, welches sich heute im Eigentum des Thüringenforst befindet. Ebenfalls im direkten Umfeld liegt das Jagdschloss, ein Renaissancegebäude, welches vom Grafen zu Schwarzburg-Rudelstadt Anfang des 16. Jahrhunderts erbaut wurde. Vermutlich auch aus Teilen der verfallenen Klosterkirche. Heute beherbergt der ehemals beliebte Jagdaufenthalt ein Museum zur Kloster-, Forst- und Jagdgeschichte. Paulin Zeller, von wo aus auch wunderbare Wandlungen gestartet werden können, kann alle zwei Stunden mit der Regionalbahn zwischen Erfurt und Saalfeld erreicht werden. Der idyllisch gelegene Bahnhof befindet sich etwa 5 Gehminuten von der Klosterruine entfernt.